Herzlich willkommen auf dem Messestand der Firma Wagner, hier auf der Paint Expo 2024, der Leitmesse für Beschichtungstechnik in Europa. Wir haben einen Füllhorn an Innovationen mitgebracht. Wir haben die alle live gezeigt. Das kam hervorragend an. Das Feedback ist wirklich sehr, sehr gut für Nasslack wie für Pulver. Unsere Highlights haben sich hier ausgezahlt. Das trägt natürlich auch für die Motivation der Mitarbeiter bei. Und wir sehen jetzt schon, die Kunden kommen rein, wollen bestellen. Genau das wollten wir erreichen. Perfekt. Wie das für Entwickler so üblich ist, beginnt die Vorbereitung auf die Messe ja nicht Wochen vorher, auch nicht Monate vorher, sondern teilweise Jahre vorher. Wir haben hier sehr viel Beschichtungswissen in unsere Lösungen integriert, was zahllose Versuche erfordert hat. Und ich denke, es ist für jeden Entwickler toll, wenn er das Feedback sieht unserer Kunden. Und die haben viele leuchtende Augen bei unseren Kunden gesehen. Und ich denke, das ist am Ende das beste Resultat, was man bekommen kann. Hier haben wir das neue Farbwechselsystem von Wagner. Ich bin richtig stolz darauf, dass wir das so ein schönes, modulare System gebaut haben. Dieser Block ist quasi das Herzstück. Das sieht man hier in diesen Ventilböcken. Hier kann man beliebig viele Farben wechseln und aufbauen. Das ist unsere neue Wagner-Hochrotation der Schäuberfamilie. Wir haben zwei Varianten. Zum einen die Roboter-Version mit 60 Grad Winkel, als auch die gerade Version für Hubgeräte. Herausheben möchte ich hier die neue Luftversteuerungs- und Luftlenkringe, die wir in verschiedenen Größen haben, mit Guttenteller. Auf der diesjährigen Paint Expo öffnen wir die Türe für die Next Generation Applikatorensteuerung. Wir haben eine komplette Touch-Bedienung für alle Funktionen, die benötigt werden, um eine Glocke in den Grundfunktionen zu steuern. Hier hilft uns auch der modulare Aufbau der Wagon-Systeme, bei dem wir Frontseite und Seitenteil tauschen können und das Gerät so aufbauen können, dass die Anschlüsse zur Seite zeigen. Walter Pilot ist Teil der Wagner-Gruppe und es gibt uns seit 100 Jahren. Konkret zeigen wir jetzt hier auf dem Messestand einmal ein System für die randscharfe Punkt- und Linienmarkierung. Wir können hier in dieser Endausbaustufe von dem System das Material nicht nur von dem Behälter zur Pistole führen, sondern aufgrund der Eigenschaften, die das Material hat, beispielsweise stark absetzend, das Material in einer Zirkulationsleitung von der Pistole wieder zurück zu einem Behälter führen. Wir zeigen jetzt unsere alte Technologien zur Anwendung der Anwendung zur Anwendung von der Anwendung des Anwendungsunternehmen, wir zeigen uns neue Unterhaltung, die Anwendung der Anwendungsstablässigen, die neue Gerätschämpfe mit einem Ceramic-Türüm, Ceramiknozeln und High-Transfer-Effizienz-Performance. Wir haben unsere neue Technologie für Liquid-Application, für Manual-Gans und Automatik-Gans, die in irgendwelchen Fällen verwendet werden können, wo eine Animal-Application-Liquid braucht. Bei Services ist uns wichtig, dass wir mehr und mehr digitale Services anbieten. Coatify vernetzt sich mit unseren Wagner-Anlagen. Wir bringen die Informationen aus der Anlage in eine übersichtliche Web-App. Wir haben hier auf der Messe mit der Sprint 2 unser wichtiges Einstiegsprodukt in die industrielle Fulverbeschichtung. Heute kann ich zeigen, dass Wagner im Sinne von Better4U auch im Bereich Handbeschichtung was getan hat. Wir haben zwei Produkte dabei, die wir diese Messe launchen. Wir sehen hier am Steuergerät ganz neu den DSO. DSO steht im Englischen für den Digital Surface Optimizer. Bei der Sprint 2 Expert haben wir ein komplett neues Steuergerät entwickelt, wo wir ein 7-Zoll-Touch-Display verbaut haben. Neben der Hauptansicht, wo wir die Elektrostatik und die Lüfte steuern können, haben wir viele weitere Funktionalitäten mit reingebracht. Wir zeigen hier auf der Messe FlowSense einen echten Game Changer in der industriellen Automatik-Pulverbeschichtung. Ich glaube, das ist die einzige Innovation dieses Jahr auf dem Markt und die wird wirklich die Branche verändern. Wir reden hier von einer echten Pulvermengen-Regelung. Das heißt für die Kunden einmal diese Konstanz, Schichtstärken-Konstanz, die Möglichkeit die Pulvermenge zu reduzieren, die durchschnittliche Pulvermenge zu reduzieren, hat ein enormes Einsparpotenzial. Da reden wir im Jahr von mehreren 10.000 Euro, je nach Anlagengröße. Wir haben die Konstanz im Ausstoß, führt zu einer Konstanz in der Schichtstärke. Dadurch kann der Kunde weiter runterfahren in der durchschnittlichen Schichtstärke spart Pulver und hat das Qualitätsniveau verbessert, indem diese Konstanz gegeben ist. Also mehrere Effekte lösen wir mit FlowSense. Und dann haben wir natürlich etwas, was übergreifend für Pulver und Liquid greift. Das ist die Robotik. Egal welche Robotertechnik der Kunde einsetzen wird, wir schaffen jetzt die Schnittstelle. Was Joseph und ich gleich zeigen werden, ist, wie man möglichst einfach, möglichst intuitiv und vor allem schnell zu einem Roboterprogramm kommt. Und das vor allem für jedermann. Und abschließend würde ich gerne im Nasslack-Stand mit dem Thema aktiv spülen. Dort haben wir uns auch wieder die Frage gestellt, wie schaffen wir es, in einem System Spülmittel zu reduzieren und Farbverluste zu reduzieren, beim Spülen, bei Farbwechseln. Und mit diesem System sind wir in der Lage, nicht nur 70 Prozent mindestens von dem Lösemittel einzusparen, was wir normalerweise brauchen, sondern wir sparen auch 70 Prozent Zeit und wir kriegen auch 70 Prozent von dem Material, was wir im System haben, wieder zurückgewonnen für den nächsten Lackierprozess. Die Paint Expo ist für uns die Leitmesser für industrielle Beschichtung generell und für uns das Highlight des Jahres, auf dem für uns die Möglichkeit entsteht, mit Kunden in Dialog zu treten und entsprechend unsere Neuprodukte, die wir hier zahlreich auf dem Stand vertreten haben, der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.